Musik Musik Ich kenn dich über ein Chat, fragst, was ich so mach Ich sag, ich bin ne Grüß darin und ich krieg mein Geld vom Start Du sagst, du bist ja ein Sparotter, für mich endet der Kontakt Und ich denke mir, oh Mann, bist du abgefuckt Abgefuckt Ich bin nicht anders Ich bin nicht besonders Ich bin anders, oh Mann Anders, oh Mann Sieh mich doch einfach als Mensch, ohne Kategorie Ich bin so, wie ich bin, aber ändern werde ich mich nie Applaus Danke Applaus 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 Und ich darf dir niemals sagen, dass ich für dich jetzt bin. Meine Liebe sind gewassen und ich fühle mich wie ein Kind. Oh, und ich weiß genau, wer mich niemals gibt. Dann darf ich mir einfach der Mond sehen. Und so bleibst du, für mich die Halt in der Ferne zu tun. Doch ich bin die Ehefrau, die Ehefrau, die Ehefrau, die Ehefrau. Ich bin die Ehefrau, die Ehefrau. Doch das sind die Momente, wo du ein Gart bist. Und genau diese Momente, wenn du steh' ich nicht. Mutter, warum hast du nur zwei sein? Mutter, wie kannst du beliebt und so trausam sein? Mutter, wie kannst du mich wärmen? Doch weil ich den Bauch und so kalt ist wie ein Stein. Und so sagst du mir, es wär unanfang. Und wenn du ihn bei seinem Paar so lieben nennst. Und so sagst du mir, es wär ein Zettel Schwein. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Oh Mutter, was will ich für dich? Wenn ich die Nennung habe, will ich dein Kind. Und so sagst du mir, es wär ein Zettel Schwein. Und so sagst du mir, es wär ein Zettel Schwein. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Und so fühlt es sich an, einfach so hier zu sein. Und ich bin einfach so dankbar und ich stehe nicht hier allein. Dieses Gefühl, das verflügelt, ist viel besser wie Therapie. Und so sage ich, es verbessert so vieles. Und das vergesse ich nie. Und jetzt möchte ich ganz herzlich ansagen, mit ganz vielen Mühen haben wir nicht gescheut. Ein wunderbares Künstlerpärchen. Ganz richtig, wunderbar, die einfach ganz tolle Sachen machen. Ich begrüße euch ganz herzlich, dieses wunderbare, kriere Künstlerpärchen.